Hallo liebe Kinder, da bin ich wieder. Heute möchte ich wieder gerne mit euch ein bisschen turnen und spielen. Vielleicht auch erst einmal eben Hallo Hallo singen. Hallo, hallo, wie schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, wie schön, dass ihr da seid. Heute wollen wir fünf verschiedene Übungen machen, die wir mit dem Körper machen können. Legt als erstes bei der ersten Übung eure Hände auf die Schultern und dann hebt mal die Ellenbogen weit hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Prima, das war gut. Wer von euch kann denn seine Knie hochheben? Das wäre unsere Übung Nummer zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich kann das noch viel länger. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt haben wir schon zwei Übungen gemacht. Jetzt geht es weiter. Jetzt sind die Hände dran. Schaut mal. Ich mache die Hände fest zur Faust und öffne sie wieder. Eine feste Faust und wieder öffnen. Jetzt zähle ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Bis zehn. Bis zehn könnt ihr ja bestimmt auch schon zählen. Jetzt werde ich hüpfen und mich drehen. Und das können die Kinder auf jeden Fall. Das kannst du bestimmt auch. Und andersrum. Super, das hast du gut gemacht. Jetzt wollen wir wie bei Ramsamsam unsere Arme drehen. Und dann gehen die mal ganz hoch und mal ganz runter. Einmal ganz hoch und wieder ganz runter. Prima. Das war es für heute Morgen. Beim nächsten Mal gibt es neue Übungen. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Auf Wiedersehen.